In der heutigen Challenge wollen wir mal zählen, wie oft jedes einzelne Wort in einem gegebenen Satz vorkommt. Bleib unbedingt dran, es wird spannend. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist das bereits 16. Türchen unseres Programmieren-starten-Adventskalenders. Heute habe ich mal wieder eine Challenge für euch und zwar geht es heute mal darum, in einem String die einzelnen Wörter zu zählen und am Ende soll man dann in der Konsole ausgeben, wie oft jedes einzelne Wort in diesem String vorkam. Also das Ganze soll folgendermaßen aussehen, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen String hier haben, Hallo, mein Name ist Janek, wie lautet dein Name? Dann soll folgende Ausgabe in der Konsole erscheinen. Wir haben hier einmal das Wort Hallo, einmal das Wort Mein, zweimal das Wort Name. Wir sehen es ja hier, Name kommt hier zweimal vor und die restlichen Wörter kommen jeweils auch nur noch einmal vor. Du siehst, es werden hier diese ganzen Satzzeichen ignoriert und diese Wörter werden auch hier von diesen Leerzeichen voneinander getrennt. Und ja, das ist die heutige Aufgabe, diese Ausgabe in der Konsole zu erreichen. Und das soll natürlich mit jedem gegebenen String, den man dieser Methode, die man jetzt schreibt, übergibt, funktionieren. In diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir mal zur Aufgabenstellung und dann fangen wir direkt damit an. Die Aufgabenstellung lautet, schreibe eine Methode countWords, StringText, die einem zurückgibt, wie oft jedes Wort im gegebenen Text vorkommt. Zurückgegeben werden soll eine Datenstruktur, in der jedes Wort mit seiner Anzahl enthalten ist. Wörter sollen dabei mit Leerzeichen getrennt werden. Die Wörter sollen von Satzzeichen getrennt werden und leere Strings dürfen sich nicht in der Datenstruktur befinden. Das sind also die Voraussetzungen, um diese Aufgabe zu lösen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wenn du jetzt das Ganze erstmal selber lösen möchtest, dann pausier das Video an dieser Stelle. Und wenn du Probleme haben solltest oder deine Lösung mit meiner abgleichen möchtest, dann kannst du auf Weiter drücken. Aber jetzt pausier. Ich fange nämlich jetzt an. Fangen wir also einfach mal an. Wir werden für die Lösung als Datenstruktur Dictionaries verwenden. Der Key von dem Dictionary wird immer das Wort sein. Und der Value wird immer die Anzahl an diesem Wort im gegebenen Satz sein. Das heißt, wir erstellen jetzt hier unten mal unsere Methode countWords und diese gibt dann entsprechend auch ein Dictionary aus Strings und Integern zurück. Das heißt, wir haben hier ein StaticDictionary. Die Keys sind Strings. Die Values sind Integer. Die Methode heißt countWords. Und man übergibt hier als Parameter einen StringText. So. Jetzt wollen wir dieses Dictionary zuerst einmal hier drin anlegen. Das wir dann später zurückgeben wollen. Das heißt, wir sagen, wir erstellen hier ein Dictionary aus Strings und Integern. Wir nennen dieses jetzt einfach mal, ähm, ja, Words. Words with count, würde ich einfach mal sagen. Und sagen, ist gleich new Dictionary of Strings und Integern. So. Jetzt haben wir das also erstellt. Jetzt wollen wir den Text, den wir übergeben haben, erstmal in komplett Kleinbuchstaben bringen. Denn, ja, es geht ja hier um die einzelnen Wörter und nicht darum, ob die jetzt in groß oder klein geschrieben sind. Dementsprechend sagen wir Text ist gleich Text to lower. Damit haben wir jetzt schon mal alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben in diesem String verwandelt. Und jetzt wollen wir ein Array erzeugen, in dem jedes einzelne Wort drin gespeichert ist. Das heißt, wir wollen jetzt hier in diesem Text die einzelnen Wörter voneinander trennen und diese dann in ein Array rein speichern. Wir erstellen also ein String Array, nennen das einfach mal Words. Und wir nutzen jetzt hier in C Sharp die Text, äh, die String Split Methode, mit der wir jetzt diesen Text splitten. Man übergibt dieser Methode als Parameter einfach einen Separator, das ist ein Char. Und immer wenn dieser Char dann vorkommt, dann wird im Grunde ein neuer String erzeugt und in dieses Array Words hinein gespeichert. Und weil wir hier später auch noch diese String Split Options Remove Empty Entries einsetzen wollen, also wir wollen hier auch noch konfigurieren, dass leere Wörter dann quasi nicht in die Ergebnismenge aufgenommen werden. Also hier in diese Words müssen wir hier ein Array erstellen, ein Char Array, das den Separator enthält. Und das wird einfach nur ein Array mit einem einzigen Separator sein und zwar dem Leerzeichen. So, damit haben wir das also schon mal gemacht und jetzt können wir hier diese String Split Options noch übergeben. Das ist einfach eine Enumeration und diese hat hier diese Option Remove Empty Entries. Und damit sorgen wir quasi dafür, dass jetzt leere Strings nicht in dieses Words Array aufgenommen werden. Das ist also ganz praktisch und der Grund, warum ich hier jetzt für diesen einen Separator ein Char Array machen musste, ist eben der, dass diese Methode hier, wenn ich diese String Split Options hier mit angeben möchte, ja, dass die nur mit einem Char Array funktioniert. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach nur ein Leerzeichen mache, dann siehst du, haben wir hier einen Fehler. Und dementsprechend sage ich New Char Array und initialisiere das einfach mit diesem einen einzigen Wert und zwar mit dem Leerzeichen. Okay, damit haben wir jetzt also schon mal unsere Wörter voneinander getrennt und in ein String Array reingespeichert. Und dieses String Array wollen wir jetzt einfach mal durchlaufen. Das heißt, wir machen eine Vorschleife, sagen, dass wir hier bei int i gleich 0 beginnen. Wir durchlaufen jedes einzelne Wort, also sagen wir, solange i kleiner ist als words.length und machen dann i++ nach jedem Durchlauf. Und jetzt speichern wir dieses Wort, dieses einzelne, hier in einen String rein, das gerade durchlaufende Wort. Wir sagen also, word ist words i. Und dann wollen wir prüfen, ob sich an diesem Wort gerade, ja, Satzzeichen befinden. Wenn sich daran Satzzeichen befinden, dann würden die ja in der Regel, ja, ganz vorne vorkommen, also, ja, am Ende von diesem Wort. Dementsprechend sagen wir einfach, okay, wenn der letzte Charakter kein Buchstabe oder eine Ziffer ist, dann wollen wir ihn einfach entfernen. Das heißt, wir sagen hier, okay, if char, also if not, hier nicht vergessen, if not char is letter or digit. Das Wort, das Wort und da nehmen wir jetzt den letzten Buchstaben, also word.length-1. Dann wollen wir das entfernen, diesen letzten Buchstaben. Das heißt, wir sagen einfach, word ist word.remove. Und da übergeben wir jetzt diesen letzten Index einfach, den wir entfernen wollen. Das ist word.length-1. Okay, damit haben wir jetzt also schon mal dafür gesorgt, dass all unsere Strings wirklich am Ende keine Satzzeichen haben. Und jetzt möchten wir gucken, ob dieses Wort bereits im Dictionary vorkommt. Wenn ja, wollen wir den Value um 1 erhöhen, also den Count. Und wenn nein, dann wollen wir dieses Wort zum Dictionary hinzufügen und den Wert schon mal auf 1 setzen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob words with count contains key word. Wir gucken, ob der key von diesem Wort bereits vorhanden ist. Wenn ja, dann wollen wir es einfach erhöhen. Das heißt, wir sagen words with count das word plus plus. Erhöhen also dann den Value um 1 einfach. Und wenn nicht, dann wollen wir dieses Word einfach zu diesem Dictionary als Key hinzufügen. Das heißt, wir sagen words with count.add. Und fügen jetzt hier dieses Wort hinzu und übergeben als Value den Wert 1. Das ist der Startwert. Dann ist es nämlich erst ein einziges Mal vorgekommen. Und am Ende, wenn wir diese Schleife komplett durchlaufen haben, sagen wir einfach return words with count. Und damit sind wir hier auch durch. Wir haben jetzt also diese Methode mal geschrieben. Ich kann hier mal rauszoomen, damit man das besser sehen kann. Das hier ist meine Lösung. Und wenn wir jetzt mal hier hochgehen, ich zoome mal wieder rein. Wenn wir jetzt hier hochgehen und uns hier mal, ja, einen Teststring erstellen. String test ist gleich. Da übergeben wir jetzt einfach diesen String hier. Hallo, mein Name ist Janek. Wie lautet dein Name? Das Wort Name kommt hier drin ja zweimal vor. Und ich habe hier an dieser Stelle auch zwei Leerzeichen gemacht. Damit wir das auch mal testen können, ob hier ein leerer Wert reinkommt. Ja, das wird unser Teststring sein. Und dann machen wir eine ForEach-Schleife. Durchlaufen jetzt alle Key-Value-Pairs in diesem Dictionary, das wir von dieser Methode rausbekommen. Das heißt, wir durchlaufen alle Key-Value-Pairs of Strings und Integern. Wir nennen das einfach mal Word jedes Mal, jedes Paar. Und wir durchlaufen die Datenstruktur, die wir zurückgegeben bekommen von CountWords. Übergeben unseren Teststring. Und dann können wir hier drin einfach sagen, okay, ConsoleWriteLine gibt zuerst den Key aus. Das ist das Wort plus, einfach ein Doppelpunkt mit einem Leerzeichen, plus Word.Value. Und das ist dann die Anzahl. Und wenn wir jetzt hier zu guter Letzt noch sagen, ConsoleReadKey und das Ganze dann einfach mal starten, dann bekommen wir folgende Ausgabe. Hallo kommt einmal vor. Das passt. Mein kommt auch einmal vor. Name kommt zweimal vor. Ist einmal, Janik einmal, wie einmal, lautet einmal, dein einmal. Und damit haben wir gesehen, dass das Ganze einwandfrei funktioniert. In diesem Sinne war es das jetzt mit dieser Challenge. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Und jetzt kommen wir noch zur Verlosung von heute. Wie jeden Tag in diesem Adventskalender haben wir natürlich auch heute wieder eine Verlosung für euch. Heute verlosen wir unseren C-Sharp Design Patterns Masterkurs, mit welchen ihr lernt, euren C-Sharp Code mit Hilfe von Design Patterns zu verbessern. Wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann müsst ihr einfach nur folgendes tun. In der Videobeschreibung ist ein Link zu unserem Instagram-Profil. Auf Instagram müsst ihr uns abonnieren. Und zum heutigen Türchen dieses Adventskalenders haben wir auf Instagram auch einen Post verfasst. Diesen Post müsst ihr kommentieren. Und dann nehmt ihr, sofern ihr uns auch abonniert habt, automatisch am Gewinnspiel teil. Morgen um 15 Uhr wird der Gewinner dann in unserer Instagram-Story bekannt gegeben und per Privatnachricht auch auf Instagram von uns kontaktiert. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg bei dieser Verlosung und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen.